Prozent 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 Ich glaube, ich werde es mal eben lauter machen Okay, machen wir das mal lauter? So, bisschen lauter bis jetzt. So, weiter geht Fangen wir mal wie von vorne an. Sooooooo Ähm, ja, heute, 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 heute Oho Au! Okay, 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 okay Ja, aber, ähm, in Endgäber heute mit diesen Kolonien, Endgäber, ah Also, wir gehen heute in den Endgäber Also, wir gehen heute in den Endgäber Ich weiß, der, dein wertvolles Zeug anzeigen, schier lassen, weil ich mir das mal ab jetzt hier Ähm, Kohle wert ist auch mal hier lassen Es war, ich tu dir ein Äh Schaufel braucht, okay, nimmst du einfach mal mit Die Akte weg Meine Kohle und meine Akte laschieren Ah ja, und meine Spitzhack, stimmt, da mache ich noch mal ne neue aus Stein einfach recht aus Ich hab nur so eine, die ist fast kaputt, aber... Naja, wir brauchen sowieso nicht zu trinken, jetzt nur, um vielleicht ein bisschen Ender-Stein abzubauen Ja, das kann ich auch hier lassen Das Schwert nehme ich mit dir, falls ich mal treffen sollte, ja, da kannst du kaum mal die Fresse an Ah ja, unsere Feile müssen wir natürlich mitnehmen Ja, stimmt, nimm mal die ganzen Feile mit Ja, warte, ich schmeiße dir jetzt ein paar zu Ja, bleib, Essen können wir noch gebrauchen, ich hab hier Steine auch mit Ja, dann ist es ein Steine So, warte, ich werf dir mal noch ein paar Feile zu hier und nimm mal das da und das da, oh Hier Feile, da guck, da 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 linkse, da Feiler, da Ja, nimm gleich Da, da linkse, dort Wo? Wo, wo, wo! Wo, wo, wo! Okay, ab zu acabern. Okay, vorn wir aus um mal losmachen. Okay, warte. Ich hab ein bisschen Eis mit dem Bau ganz toll. Ja, guck, vielleicht ne mal ein Crafting Cable mit, meint es nicht? Ja, ja, hab Holz mit, das passt schon. Okay, ich hab aber auch zwei Holz mit. Im Notfall, ja? Weil ich nicht ein Spitzer gebraucht hätte, der kaputt geht. Ich hab einer aus Stein, Staffel. Ey, ey, nicht so viel Zeitverbleme mit der Schweiß entziehen. Oh, ist doch egal. Ich nehm sowieso 100 Parts auf. Okay, stimmt, ja, ist er nicht deine Festplatte, ne? Naja, siehste. seitdem du wieder aufnimmst können wir auch ein bisschen länger machen ja da kommt auch komplett durchziehen da muss ich ja nicht mehr schneiden und so von mir aus klopfen wir ja schon um zwei einfach wir sagen jetzt mal so wir haben ähm ja wir waren ja schon mal am Ende also nicht um Ende nein wir waren da noch nie nein ruhig ich rede du blödes Arschloch nein alter also wir waren ja schon mal ich war das nicht wir waren ja schon mal ähm also wir haben das Loch schon gefunden wo es zum Ende dann halt hingeht in dem Portal wo es oder ich habe dort zehn ab 14 und so denken wir nehmen vor zwölf das Ding anzuschmeißen das ist der Weg jetzt zähle ich jetzt zähle ich mache ich weiß es ungefähr wo es lang geht welche auch aber es ist relativ weiler Weg also schein wenn es ein Boot mitnehmen sollen ja genau nachschluss auch kommt und geht es wieder ein paar werden der andere sieben Spiele spielt durch aber hier hat er die zweite gestellte im voraus gewählt die besiegen denn da wirst du nicht alle erfahrungspunkt der Ehe von mir gedacht dass du das macht also die Teilung gefördert ja okay wir bleiben dann davor stehen und die dann zu die Hälfte ungefähr ja ihr könnt mir echt mal ein bisschen Leben abholen oder ja wunderbar Bordi ich hab ja mal überall Bützen ich hab dir die Lehmsteine ja mal gezeigt die sind so toll aus finde ich mit dem Text umpick aber man kann ja trotzdem was draus bauen ich meine in der Macht um machte das Textaturbäck um und baut das da um ja ich hab kein Bock dazu alter was denn hier ist ein Loch tschüss oh das ist eine Höhle gell ja und soll ich mal soll ich mal ein werfen oder warte warte mal ich mach mal kurz hier so ein Stein mit so einer Fackel drauf das war üblich weit denn wir müssen noch relativ weit ja ja ich weiß schon soll ich mal ein werfen oder kommen wir müssen aber er wird mal ein Jahr okay oder ich habe ein ja an die Richtung ja so für die sie sich wissen ne diese ja super ey ich nicht das Ding da oben hä hast du es noch eingesammelt jedenfalls wirft man die Teile und in die Richtung warte du musst es einsam, warte hä ich dachte du hast gerade eingesammelt ne das war, das war Dreck jetzt hab ich glaube ich, ja jetzt hab ich wieder ja, aua oh sorry und da wirft man sie in irgendeine Richtung also äh, also man wirft die einfach und dann fliegt die in irgendeine Richtung und in die Richtung muss man dann laufen ja bis man dann das Ziel erreicht hat warte mal, warte mal, bei mir ist ja ne riesen Schlucht ich muss mal kurz neu joinen, also okay, warte mal hast du genug Essen mitgenommen? na klar, ein Brötchen hab ich mit also ich hab zwölf gebratene Fische und zwei Brötchen ich hab, ich hab 21 Brote was soll okay, das wird reichen, denke ich denn lass mich du mich mal vor, weil ich leckte grad bei mir und da ich seh hier, das ist das Portal wisst's noch, wir sind in dem Portal lang gelaufen das war zur Erde, war doch hier Markus da, ne? ja genau doch, der war damit bei dir, ne? aber ich geh hier an Landland, das ist mir ein bisschen besser das ist mir ein bisschen besser ich bin da jetzt nicht ja, ich hab ein Sandblock weg damit ich kann mich bald da, glaube ich schon irgendwie die Musik am Anfang, ne? von dieser Box da, die hat mir irgendwie gefallen, das passt irgendwie dazu irgendwie, das auch nicht ey, wirst du, 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 wirst du es ist weit geschwommen auf einer Anzehen zu rüber und bei der Insel, dann aber auch so lange gehört, dass sie noch an Land, da hinten oder zum Ende der Warte auf mich, du auch schloss ja, da machen wir das war übelst, was ich war, wo ich gefunden habe, war ich bei der Schleife neben der Verband ja, ja, ich weiß noch, ja, ja oh, ah, Leder brauch ich nicht, ich hab ein Fleisch, glaube ich, wird mir irgendwann das Leben retten so los geht's ja, jetzt dürfen wir eine ganze Weile schwimmen, das wird es ein bisschen ja, nicht so spannend aus, soll's am besten wir werden, die so viele Augen, ne? weil dann dürfen wir, ja wenn hier, wenn hier in der Auge runter plumpst, haben wir zu tun, das zu finden dann, die beiden, ah, ja es war bald abgesunken ähm wollten, wollten wir eigentlich mal dann das, das Ding da unten erkunden naja, wir gucken auch mal rum, ein bisschen ja ne, nicht mehr, nicht im End, ne? dort wird es tot alles, diese ja, am Ende ist auch nicht viel zu sehen ja, stimmt schon ey, äh äh, kollege von mir, ne? da war letztens im End und, ähm ja, äh, der ist der Kollege? äh, den kennst du dennis, ähm ähm ja, der war halt im End, ne? und die Map war auch ein bisschen älter, so alt wie unsere der wurde, ja die Map wurde mit Geoclub 1.7.3 noch ähm, gebaut, ne? und, jedenfalls, ging der Ender war auch kein Endodrachen da weil in der Version der Endodrachen auch gar nicht ja halt ja erschien war, ne? und das könnte sein, dass es bei uns jetzt auch passiert, ne? das wäre dann natürlich scheiße ich glaube, ich darf mal in unser Auge das sind die Richtung bitte nicht, nicht runterfallen, nein! oh das ist so gut, das Gott sei Dank nicht so dahin ist es denn ja, hundertprozentig dahin ah ja, es ist ja wir sind so gut wie da, Mädels wir sind so gut da hinten der Turm, den wir mal gebaut haben da hinten der Turm, ja, da müsste noch mal Crafting Table dran sein ah, mein Gott, das war uns rein, mein Gott ich hatte da mit einer von den beiden vorrecken, was höchst wahrscheinlich passieren wird wer hat mir mal kurz schneiden und ich warte dann oder Florian war so dann bis wieder da bin weil ich hab' kein Bock, dann allein zu besiegen, weil dann zog ich die ganzen nach Vorgangspunkte ein und dann holte Florian rum ja da auch ne üblich in die Fresse ach, wir haben übrigens jetzt so die Amanten und ich hier im Spiel wir haben übrigens ne Diamantenpulli an also Poli bei uns ins Pullover, meine Schitz guck dich das an ja, echt hübsch wir hatten mal ne komplette Rüstung, hatten uns beide gemacht ne komplette Diamantenrüstung und wir haben uns gegenseit immer die Lava geschmissen und ja dann brauchst du es wieder mit der Rüstung hm, was weiß ich echt, ja also hier haben wir uns ein Kennzeichen gemacht hier ist das Ding hier waren wir schon mal also das ist ja ganz schwer zu erkennt, dass wir schon mal waren jetzt tut's genau nach, ne, und jetzt fünfe einfach mal da runter da ist auch schon das Loch, da waren wir schon mal drinnen ah ja, und diesen Silberfisch Sporner haben wir schon kaputt gemacht also es war alles Florian schuld, nein, ich hab' nichts gemacht weil diese Stein, ich mach' hier mal zu hm und diesen Stein könnten wir eigentlich auch immer was mitnehmen, ja ah, von der hierhin steigen na komm an ähm wollen wir schon mal aktivieren ja, aktivier schon mal, aber dann guck mal hier, ob's hier irgendwo weitergehen ja, ich hab da nur 10 Stück Stein ja, ja, ich hab ja auch noch was mit hier müsste es irgendwo dann noch weitergehen ey, denn es geht irgendwie nicht rechtsklick weil, die sind doch schon drinnen äh hey, wo, ich sehe gar nicht so gut die drin sind ja, dann nicht ah, hat mir was in Lava reingefallen Pass auf, jetzt ist das gleich aktiviert, ne, wenn du reinplumpst, dann muss ich auch hinterherkommen jetzt ist an geh weg ey, geh nicht rein, ich komm' mir gut erkunden aus dir ja, jetzt kam' mir noch kurz so ne, komische Musik so na, guck' wir mal, hier muss das nämlich irgendwo noch langgehen hätt' mir doch ne Eisenspitake gemacht, ey na ja ja, wir haben die beste und Höhle von allen gefunden weil, jetzt ist echt nur das Portal und nicht zum Anderen nein, aber eigentlich kann das gar nicht sein irgendwo, hier muss eigentlich nicht Flucht sein äh, ist also Sinne und das ist ein ein Fehler du hast nen Eisenspieler gepflegt, mach du mal hier das ja, die ist auch kaputt also, na, das dann noch einer ja, hat mir genau ne Fackel vor der Presse gestorben die Gitter, ne, nehmen wir uns nicht mit ja, also hier stand'n Spawner so ein Silberfisch ja, das ist nicht mein Ding das war schlau, lass mich arbeiten ja, schneller ok, also wenn wir nicht finden, Mädels, dann tut's echt leid äh, weil, ja das ist echt scheiße, jetzt ich glaub' ich werde mal hier auf R weiter, guck' mal, hier muss eigentlich was sein ich glaub' mal da hinten mal lang, mal gucken ich glaub' mal da hinten mal lang, mal gucken dumm, 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 müsste ich zum 30. Port sein oder so hm hm ok, vergiss es jetzt wirklich nix ach, guck mal einfach in End wir würden ja mal irgendwie ist denn der Florian Spezial machen, aber wir haben das leider nicht mit den, wo man mehrere Minuten aufnehmen können ja Dennis hat das übrigens schon, ne was? Dennis hat das jetzt schon wie lange ist der Mitglied? ich weiß es nicht keine Ahnung er hat mir neulich gesagt na komm, hop' mal einfach in End ok, warte abbau hier du kannst so diese kaputten Steine abbauen, die gibt's nämlich auch nicht einfach so mal also wenn man da reinhubt, dann gibt's keinen zurück dann kommt man nämlich nicht wieder zurück in die Welt, außer man stirbt ja, so sieht das aus du wirst jetzt jeden einzelnen Stein abbauen hier ich drehe jeden einzelnen Stein um noch ach so hast du hier schon mal gebuddelt oder was? oder warte mal, wir könnten dann, wenn wir, wenn wir wieder hochgehen könnten wir ja auch nochmal langgucken, irgendwo da oben gucken ey komm, lass uns jetzt einfach hier reinhüppen ok, Mädels, das wird ein kurzer Part, wir machen die jetzt alle fertig, juhu nein, den Endse killen, das wird schon ne Weile dauern, ne ja, die zwei Minuten da, die könnt ihr obfangen so, los 3, 1 nein, scheiße, nein, ich war grad in der Lava-Wage ähm, ich glaube das ist ein Fehler und zwar, als wir den Ender betreten haben, stand hier nicht, ähm ja, ähm, Bullding bla 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 und jetzt? ich glaube, das ist ja, ich glaube da wollen wir hier schon mal ich glaube, da wollen wir hier schon mal ich hab mich schon mal ich hab das noch mal, nee und eigentlich muss auch die Bossanzeige oben sein, ich glaube wir haben genau dasselbe Fehler wie Dennis zu der Falle, jeder mal, guter Bitter mitgenommen Mann das war auch der Baustein also bei der Tourzelle die Scheiße er hat vor ach so ist also und er hat auch so tun es kam okay los geht ja das kommt jetzt bestimmt die Köln und mann nur Ehe man muss aber auch ausgehen ja da oben Lass mich hier raus, wir gucken. Ein Kürbis hätte ich mir mitnehmen. Was? Wir sind im End. Nein. Doch. Praktisch. Ja, die Türme, ja, jedenfalls Kettnuss mal Kürbis mitnehmen, das wäre wirklich praktisch gewesen. Wieso? Ja, Endermenschutz und so. Ja, also da ist ja kein End. Das kann man vergessen. Äh, kein Endermenschutz. Äh, Träumortrag. Ja, da oben so kein, ja, naja, guck du mal. Ey, so eine Scheiße, Alter. Äh, wie kann man den so abdaten? Da ist nichts mit abdaten. Na, jetzt sowieso zu spät, weil jetzt im Moment ist... Ja, oben in einer, in Drache, aaaah. So ein Witz, der Jungs, gar nicht warten, ich kann ein bisschen Tatsache. Dam, 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 dam. Weil das man theoretisch machen hätte können, ne? Wir hätten einfach, äh, den End betreten können, und dann hätten wir so geschnitten, hätten schnell da, aber selber aufgemacht, wenn dort ein End gegangen wäre, dann da gewesen. Und dann tun wir so, als wäre es auf dir unseren Server gewesen. Ja, klar. Aber dann hätten wir halt keine Volkspunkte auf uns und so. Los, komm, ein bisschen wandern, weil er doch noch irgendwo. Na, klar. Oh, da hab ich in einem angeguckt, scheiße. Hä, hä, hä. Okay, ne, doch nicht. So lass mal in irgendeine Richtung wandern, vielleicht finden wir doch was. Hm, 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 hm. All diese mal End und hier ist gar nichts. So, ne, scheiße, aber auch, ey. So, ich hab's alle immer in einem angeguckt. Ja, das ist gut. Sag mal mit. Oh, schon mal ein Stück. Alter, du Assi, hä? Jetzt willst du mir anlegen?